Galio schlecht, okay, Burak, warum findest du Galio schlecht in Low-Elo? Erzähl doch mal. Ähm, Galio braucht Brain. Reicht das oder soll ich weitermachen? Digga, wenn du Low-Elo bist, bist du fucking Dogshit, als ob du weißt, was Sidelane ist. Ja, deswegen sag ich ja, Galio braucht Brain, also soll ich weitermachen? Nein, du musst die Leute schon, du musst Dominanz zeigen. Okay, so, guck mich an. Hier, hier sind meine Augen, nicht da unten, hier. Spiel Annie, Alter, wenn du Low-Elo bist. Galio, da musst du die Map verstehen, du musst invaden können, du musst Pressure aufbauen können und du musst alles gut können, okay? Ich bin ja auch CEO von Karthus, Alter. CEO von bis Level 11 AFK gehen und dann R drücken. Ey, why, schau, Digga, why Toxic? Bruder, Karthus macht nichts anderes, da kannst du mir sagen, was du willst. Der tut nicht nur AFK fahren. Stimmt, ab Level 6 drückt er alle 3 Minuten R. Mechanics. Mit welchem Jungler kann ich die Rolle am leichtesten lernen? Was sagt ihr? Ihr dürft ein Champion nennen. War ich. Ja, Albi. Ähm. Ich hab's denn jetzt so vor. Okay, er ist gebannt, Alter. Okay, sollte dieser Champion dafür geeignet sein, um auch in die höheren ELUs zu kommen oder nur die Basics zu lernen? Er will Jungle lernen. Ich würde diesem Spieler wahrscheinlich, hm, ein Champion ist immer kacke. Er würde dann einfach nicht sterben, Alter, bis der mal antwortest. Ja, ich muss schon gut nach, also ich finde Xing Sau ist extrem gut, die Grundlagen zu lernen. Ich finde aber auch, Burritos Punkt mit Warwick, ich würde Xing Sau empfehlen. Warwick. Ich würde Xing Sau sagen. Äh, IG Kaiser oder KDA? Warte mal, du bist Mitte, du bist Jungle, du bist Top, ihr seid Bot. Digga, er nimmt nicht Garen. Oh mein Gott. Oh. Okay, okay, Chat. Soll ich Instagram Kaiser oder KDA? Instagram Kaiser? Was, Digga? Mir doch egal. Okay, Chat. Wir haben hier einen Kassadin Mitte, okay? Und wir sind gegen Talon. Und wenn ich jetzt Evelynn gehe, haben wir das schwächste 2-2-2 auf dem Planeten. Soll jetzt Coin flippen, Chat. Achso, aber Aritzikern. Keine Ahnung, Alter. Und er geht tief, let's go. Ich finde, Jungler, um besser zu werden, ist Hackerim der Beste. Mit Abstand. Warum? Er kann alles. Er kann gut farmen, er kann gut skirmischen, er kann gut ganken und er ist ein Pferd, Leute. Er läuft mit einem PS. Okay, er hat vier Beine. Das heißt... Trotzdem, alle Pferde haben vier Beine. Digga, aber Hackerim ist Zauberpferd mit vier Beinen. So. Auch wieder ein Vorteil von Hackerim, Leute. Ihr habt einen Champion, der gefühlt alles gut kann. Hackerim ist der Lucian oder die Ari des Jungles. Er kann alles gut, aber nichts perfekt. Warum hast du gelacht? Du weißt genau, dass es stimmt. Nee, ich höre der Debatte zu. Und deck mir meinen Teil. Ja, was denkst du dir denn, Professor Doktor Öztilek? Hey, jetzt hast du meinen Nachnamen geleaktet, danke. Auf Facebook kennt auch wieder deinen Nachnamen. Jetzt muss ich umziehen. Also? Also ich finde am Ende... Hallo, ich rede, Halt, Stopp! Ja, alles in Ordnung. Ich finde, man kann auf zwei Sichtweisen argumentieren. Also einmal so wie du gesagt hast, Silphi. Man könnte sagen, okay, wenn der Champion zu simpel ist, dann fährt er zu viel Fehler und dann lernt man es nicht. Andererseits denke ich, dass die andere Argumentationsweise da auch gut ist. Ein Moment, du kriegst die Countergang oben oder was machst du? Ich farm gerade, ja. Na toll. Warum frag ich auch? Der redet weiter. Andererseits finde ich, dass die andere Argumentationssichtweise ist halt, dass du sagst, okay, wenn du einen simpel Champion wie Darius, wie Warwick oder wie XIN hast, du dich mehr auf das Grundlegende konzentrieren kannst, ohne so ein Fehlangepandigt zu werden. Ich finde, XIN ist ein okayer Jungler, um den Jungle zu lernen, aber er verleitet dich oft dazu, Scheiße zu bauen. Wenn ich Golfen tot. Guck mal, da hätte ich jetzt einen anderen ADC gespielt, wäre jetzt nicht tot gewesen. Ah, du bist das Argument, mit dem Verleiten dazu, Scheiße zu bauen. Stimmt, actually. So, wohingegen so Champions wie Warwick und so, wenn du deine Grenzen halt nicht kennst, dann bist du halt fucking ripity-pipity, weißt du? Ja, wie gesagt, es hängt halt viel stark vom Skill-Level ab, wie weit ist schon die Person, was musst du lernen, weil verschiedenliche Champions bringen dir auch verschiedenliche Sachen bei. Verschiedentliche? Du sagst verschiedene. Ja, verschiedene Champions bringen dir ja auch verschiedene Sachen bei. Ey, Digga, ich komme aus Bayern, Alter, hier redet man ein bisschen anders. Sagst du echt verschiedenliche? Wir sagen auch einzigste. Ja, aber ihr seid auch Mänze, Alter. Aber man sagt einzige. Nimm mal zu der Frage eben, ob Skating-Junger nicht besser sind, low elo. Also, wenn du elo machen willst, ja, dann sind die meistens besser. Aber du wirst nicht besser als Spieler dann, wenn du just einfach nur, dass die anderen blöd sind und nicht, dass du gut bist. Oh, der Hook war Bullshit, sein Großvater, Alter. Den killen wir nicht. Push mal bitte die Wave, push mal bitte die Wave, push bitte die Wave. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh, Feuerball-Jugzer, Alter. Leute, ich schwöre es euch, ich hasse es mit Kasadin zu spielen. Ey, ihr habt 20, 30 Minuten noch keine Prio in der Mitte. Dogshit-Champion. Naja, aber ab Level 16 ist es gegeben. Ja, aber bis dahin, carry ihn da erstmal hinten. Ja, ich... Komm her, komm her, ich bin auch da, ich bin auch da. Ich bin Level 5, ja, jetzt bin ich Level 6. Aber ich habe nur ein Tier, ne? Fuck it. Ja, ich bin da. CT jemanden, CT-Vane, CT-Vane, easy, easy, easy. Achso. Ne, lass mich die Shyvana nehmen. Ja, Vane wäre totes Fleisch, Alter. Ich warnt, schütte die Vane, ich bin doch nur Ulti. Ey, yo, entspannt euch. Du bist tot, oder? Ja. Ne, nicht du. Aber du auch. Good job. Die ist tot, die ist tot, die ist tot. Ja, ich kann nix mehr. Nice. I play to. Oh, und nicht Partyab? Okay. Wisst ihr was, Leute? Ich werfe mir jetzt echt die Qs erst rein. Oh, Leute, wo kommt denn der Kasser denn her? Und wo ist denn der Talon-Air? Frag mich mal das Ganze. Ey, passt doch Talon auf. Das Auto ist halt Legend mit 2 AP überlebt. Ich move, ich move, ich move. Pass auf, dass sie dich nicht umbringen. Oh, oh. Mann, hättest du mal deinen Call befreust. Nee, geh nicht rein. Du, kleiner, wunderschöner Mensch. Oh. Ich komm. Ich komm, Talon. Focus, Siwana. Oh, mein Gott, Alter. Dein Arschloch wird grad so hart ausleidig genommen. Ey, es... Es sind ständig alle oben. Come on. Lol. Ah, nice. Mmh, nice. Ah, support is so balanced. Was hast du gesagt? Support is so balanced. Achso. Ich hab grad verstanden, Bot is so balanced. Ich war so ein Bruder. Der Nautilus Support nimmt mich. Oh, oh. Ja, okay, nix machen. War den Ziel gleich hell, ne? Ich lebe. Ich lebe. Oh, oh. Ich komm, ich komm. Geh doch drauf, geh doch... Ich geh in die Base. Wird so bunt. Äh, Ali? Oh, mein Gott, nice. Ich hab Nessus bekommen, nice. Ey, ich hab Ginsus fertig, danke. Nice. Ich hatte cooldowns, bro. Ich konnte nicht gleich rein. Amon hat zickzack Nautilus mal. Ist er alleine? Ist er alleine? Oh, lol. Oh, lol. Jetzt ist es laut. Lol, ainted. Welche Rolle spielst du Burrito? Ich bin Albi, bro. Nein, hier ist Patrick. Burrito ist Adcury. Ich hab QSS meine Ulti auf mich zieht. Ja, ich baller den jetzt einfach. Well played. Guck mal, hier ist noch ein Opfer. Ach, Ulti? Ich bin grad Toba-Hat gekommen durch das alles. Wenn du E machst, kann ich ult'n. Ne, ich hab doch keinen Ulti. Ups. Ich komm auch, ich komm auch. Egal. Hast du mein Kiting gesehen? Digger. Hast du gesehen, wie du dich fast verkauft hast? Ich dachte, ich hab Ruhe. Dillfi-Talo hat eine Hit. Talon ist one Hit. Ja, aber ich hab keine Wissen. Bruder. Ah. Easy. Ich dachte, mein Internet war weg, Alter, weil Shibana einfach stehen geblieben ist. Mordest du hier? Ja, ich muss langsam. Ich hab Ult. Wie sieht's aus? Ey, warte, wer ist denn Ulti? Ich bin Ulti, ich bin Ulti. Kuuu. Ich bin nicht gefangen mit ihm. Ah. Bruder, fahrguck weg. Ich bin hinter den. Ich bin hinter den. Ich bin hinter Shibana. Ah, macht ihn, ne? Ja, okay, nice. Sehr gut. Alles ich. Oder was kaufe ich mir jetzt überhaupt? Geh ich Sanguine? Nice. Mh, ich bin nicht da. Mein Ulti ist nicht in Range. Ich laufe gerade. Ich kann jetzt joinen. Nice. Oh, Leute, habt ihr gesehen, wie perfekt ich den Nautilus-Snail gequeue's erst hab? Ne, Tarno ist noch hier, oder? Ja, hinter uns. Egal, mach's Nash, mach Nash, mach Nash. Ja, Kassi, mach das. Nur noch Wellen. Ich bin sehr strong. Ich hab alle meine Evolves. Ich hab Stopwatch. Ich bin Quinn. Krah, krah. Ich kenne euch die typischen Sprüche wie Better Mid-Wins und sowas, ne? Oder Better Jungler-Wins. Der bessere Mid-Laner macht den Jungler zum besseren Jungler. Der bessere Jungler macht die bessere Bot-Lane zum besseren Bot-Lane. Hier ist Morde. Morde ist allein. Ich bin da. Talon im Jungle. Talon. Flash. Sehr gut. Oh, scheiße. Irgendwie ein C10. Ja, ich muss Nautilus fighten. Nice, Mann. GG. Ah, wir haben gewonnen. Nein, ich war dritte. Obwohl wir keiner befinden. Wir haben gewonnen. Wir haben ein Pfeff. GG. Bei Black Team. Gutes Spiel. Schön gespielt. Ach, ha. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Untertitelung des ZDF, 2020